Mein Name ist Leandra Matzenauer, ich bin 23 und schaffe als Junior Sales Manager im Einstein Hotel St.Gallen. Ich habe ursprünglich als Restitionistin hier angefangen und habe dann nach drei Jahren die Chance gehabt, zu unter Posten wechseln als Sales- und Marketingkoordinatorin. Für mich war schnell klar, dass ich mit den neuen Aufgaben, die ich hier habe, auch das richtige Hintergrundwesen brauche. Von allen Kenntnissen in Bezug auf meine Tätigkeit im Hossendienst wollte ich erweitern. Darum habe ich mich für die Weiterbildung als Verkaufsfachfrau mit eidgenössischem Fachauswiss an der Akademie St.Gallen entschieden. Die Weiterbildung ist sehr praxisbezogen und die neu gewonnenen Kenntnisse können wir im Berufsalltag immer wieder umsetzen und ist sehr hilfreich. So haben wir im Fach Verkaufstechnik und Verkaufsgespräche gelehnt. Wie wir uns gegenüber von Kunden richtig verhalten und wie wir auf Unvorbereitetes spontan reagieren können. Das Fach Interaktion und Selbstmanagement zum Beispiel hat mir dabei geholfen, Termine richtig zu koordinieren und zu planen und mein Gegenüber in persönlichen Gesprächen einzuschätzen. Für mich sind die Kenntnisse sehr wertvoll, weil das Networking in meinem Job eine wichtige Rolle spielt. Ich will mich sofort wieder für Weiterbildung an der Akademie St.Gallen entscheiden, weil die Lehrpersonen nicht einen theoretischen Händengrad mitbringen, sondern auch Praxiswissen. Davon kann ich profitieren und dieses Wissen im Berufsalltag umsetzen. Ich finde, wer seinen Job gut machen will, muss auch über die entsprechenden Grundlagen verfügen. Für mich ist das Wissen, das mir die Akademie St.Gallen vermittelt und mir dabei hilft, die Aufgaben in meinem Job gut zu meistern.